So, das wird jetzt der letzte Welpenbesuch sein. Es ist Hunters achte Lebenswoche und in der nächsten Woche wird er dann zu uns kommen. Wir haben eine Umfrage gemacht in der Familie, da gab es die tollsten Vorschläge, aber wir lassen es so, wie es ist. Aber die knurrt sie auch mal weg jetzt so schön, aber es ist so, dass sie eben auch noch schlauer sind. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.